Hi, Sie möchten wissen, wie Sie mit PowerShell im Active Directory bestimmte Tasks verwalten können? Wie Sie bestimmte Aufgaben, die Sie immer wieder haben, mit PowerShell für das Active Directory automatisieren können? Mein Name ist Alexei Kusnjahr von der Firma Linework und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit PowerShell das Active Directory verwalten und wie Sie PowerShell nutzen, um bestimmte Tasks in Active Directory zu automatisieren. Als Beispiel nehme ich mal aus der Praxis, neue Benutzer kommen ins Unternehmen, also neue Mitarbeiter, die benötigen einen Benutzer im Active Directory, die müssen Mitglieder bestimmter Gruppen sein im Active Directory, bestimmte Zugänge bekommen und so weiter. Das kann man natürlich sehr schön mit PowerShell automatisieren. Aber auch Sie bekommen zum Beispiel eine Liste von Benutzern, die in Active Directory angelegt werden sollen, zum Beispiel als CSV-Datei oder als Excel. Dann können Sie diese nutzen, um mit Hilfe von PowerShell das in Active Directory zu importieren. Sie können aber PowerShell wundervoll davon nutzen, das mache ich gerne auch in der Praxis für Reporting von Active Directory. Also ein Reporting schaffen, zum Beispiel, welche Art von User gibt es, also wie viele gibt es im Active Directory überhaupt, OOs, wie viele Mitglieder sind in bestimmten Gruppen drin, was sind die Gruppenmitglieder, also komplette Übersicht des AD und somit die Übersicht der Zugriffe im Unternehmen durch das Active Directory. Gut, wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Wir haben jetzt hier, also ich habe jetzt hier einfach mal eine Demo F-Sylitri-Umgebung geschaffen, das ist die LED und Local, die ich selber nutze, um einfach nur Demos zu präsentieren, zu zeigen. Die ist jetzt ganz frisch, da ist nichts besonders drauf, da ist ein Domain-Patroller drauf, der heißt LED-D101, LED steht halt bei mir jetzt hier für Line-Network. Dann gibt es auch Users, das sind die Standardgruppen, die wohl einfach nur die Standardbenutzer auch drinnen sind und da ist jetzt ein Benutzer drin, der ist LED-Admin, der ist auch Domain-Admin der Benutzer. Ja, das ist für mich erst angelegt, damit ich halt nicht mit dem Administrator arbeitet mit Lokalen, sondern mit dem Admin-Arbeiter. Gut, jetzt habe ich das Ganze, natürlich kann ich diese Task Benutzer anlegen, kann ich auch über dieses Tool, also über das Active Directory Benutzer-Computer-Tool natürlich tun. Ich möchte das Ganze aber jetzt zum Beispiel automatisieren oder mit PowerShell quasi vereinfachen und so eine vielleicht über eine Benutzeranlage erstellen, mit PowerShell Skripten, dann nutze ich halt dann PowerShell dafür. Es gibt für PowerShell das Active Directory-Modul. Wenn Sie jetzt sehen, wenn man mit PowerShell nur nicht so viel gemacht haben, an dieser Stelle empfehle ich Ihnen unser PowerShell-Tutorial, das wird kostenlos, das ist auch unsere Website-Tutorial und auch den kostenlosen PowerShell-Kurs. Da wird einfach das Grundlagenwissen von PowerShell vermittelt. Wenn Sie das Ganze jetzt über YouTube schauen, können Sie unten einfach nur das Ganze mal als Beschreibung angucken. Wie gesagt, da unten, ich werde unter dem Video noch mal die ganzen Beschreibungen reintun, beziehungsweise die Links zu den entsprechenden weiterführenden Tutorials. Gut, wenn Sie jetzt ein PowerShell aufgemacht haben, ich bin jetzt selber auf dem Active Directory-Server, also nicht Active Directory-Server, auf dem Domain-Controller drauf. Und wenn man den Domain-Controller installiert, dann klebt man meistens auch die Management-Tools mit an und dann wird das Modul für Active Directory mit auf diesem System geladen. Wenn Sie jetzt das Ganze über Ihren Windows 10 PC machen möchten, also die Administration mit Tauschen über Ihren Windows 10 PC machen möchten, dann benötigen Sie das Ersa-Tool. Wenn Sie jetzt das, lassen Sie mich nicht lügen, glaube ich Windows 10, 9, 1 Punkt und was, also wenn Sie die neuere Vision schon nutzen, dann benötigen Sie das Ersa-Tool kann man nicht selber installieren, beziehungsweise nicht Download-technisch, sondern über die Apps, also Windows-Apps oder halt über PowerShell kann man das einfach nachinstallieren. So, aber ich bin jetzt hier auf dem Domain-Controller drauf und nutze dieses Porsche-Modul. Wie gesagt, das können Sie eins zu eins dann auf Ihrem Windows 10 PC haben, wenn Sie das Porsche-Modul haben, weil Sie sich auch geladen haben. Gut, schauen wir uns erst mal an, wie sieht das Porsche-Modul aus für Active Directory und welche Funktion bzw. CMD-Lads, also Befehle, bietet es, um es Active Directory zu verwalten. Um zu schauen, ob ich das Modul überhaupt, sagen wir, drin habe, schaut mir das ganze Model an und ich würde das Ganze einfach mal importieren. So würden Sie es dann in Windows 10 auch machen. Active Directory, so heißt das Modul. Wie gesagt, wenn ich es nicht importiere, wird das automatisch importiert, wenn ich den ersten Befehl ausführen würde hier. Ich habe es einfach mal importiert und wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist das Active Directory Modul und wir schauen uns mal die Befehle dazu an, die das Modul bietet. Get Comment, dieser wunderschöne Befehl hier. Minus ein Parameter Modul als Active Directory. So, jetzt aber. Dann haben wir ganz viele Befehle, die wir rausbekommen hier. Hier zeige ich mal ein bisschen das Ganze noch mal. Aber ich sage, wir zählen einfach an sich mal zusammen, wie viele Befehle das überhaupt sind, damit Sie sehen, wie stark Sie mit PowerShell das Active Directory verwalten können. Sie haben insgesamt 147 Befehle jetzt hier in diesem Modul. Und darunter sind eigentlich alles, was Sie brauchen, um Active Directory aufzusetzen, zu installieren, zu konfigurieren, zu verwalten, zu managen, zu automatisieren, alles Mögliche. Eigentlich ist das drinnen. Gut. Welche Befehle haben wir im Ende? Wir haben jetzt die typische, wundervolle PowerShell, ganz normal mit einem Set-Befehle, also etwas anpassen und etwas ändern. Wir haben Remove-Befehle, um etwas zu löschen, zu entfernen. Wir haben die New-Befehle, um etwas Neues zu kodieren, zum Beispiel New-Ad-User. Und man sieht ja schon so, meistens sind die Befehle auch dann selbsterklärend. Also zum Beispiel Remove-Ad-Computer. Hm, was passiert da wohl? Ja. Ad-Computer, also es wird ein Computer-Objekt entfernt, gelöscht. New-Ad-User, was passiert da wohl? Also neuer Ad-User, Active Directory-User wird hinzugefügt. Das Ganze ist folgendes gemacht. Es ist halt immer noch ein Ad-Ad davor, weil es gibt ja natürlich, New-Ad-User ist sehr, kann natürlich ein andere Modul auch sehr gerne nutzen. Deswegen wird Microsoft, wenn ich hier noch ein Ad-Ad davor, das heißt New-Ad-User oder Remove-Ad und dann eigentlich das Objekt, womit es verwaltet wird. New-Ad-Group, Computer, also ganz normale Tasks. Move, also einen Weg von A nach B verschieben und die User anzeigen. Also die ganz normalen Get-Befehle und Clear- und Buy-Ad-Befehle gibt es natürlich auch dieselbe ID-Account. Also man sieht schon, Sie sehen schon, es gibt eigentlich ziemlich alles, was man braucht, um Active Directory zu verwalten. Das Active Directory-Modul ist, glaube ich, eines der ersten Module, die überhaupt nach der Vision zu urteilen, sieht man ja schon, die da waren, um mit PowerShell das Ganze zu managen. Gut, ich möchte hier mit Ihnen einfach ein paar Tasks zeigen. Ja, also ich nehme einfach mein Get-Befehl, Get-Ad-User zum Beispiel. Und hier einfach nur, ja, wir fangen auch einen Filter, wir bauen einen Filter und wir sagen, ich mache jetzt keine, ich bin zehn Übungen, Benutzer, ich sage ja noch Filter, Sternchen, geht mir einfach alle aus. Und dann kriege ich natürlich alle AD, also alle Benutzer, die ich in Active Directory hier gespeichert habe. Ich muss jetzt hier kein explizites, ja, kein Domain-Controller oder sowas angeben. Ansonsten würde ich das tun, ja. Hier, da ich ja sowieso, sag ich mal, im Active Directory-Server drin bin, nutze ich quasi nicht automatisch einen Domain-Controller, wo ich jetzt drauf bin. Ansonsten würden Sie, wenn Sie jetzt das nicht auf dem Domain-Controller, dieses Modul nutzen, als Exhibition-Modul, dann würden Sie den Server, also dem Domain-Controller mitgeben. Sie können hier auch nochmal die Search-Base mitgeben, also in welcher Organisationseinheit Sie das Ganze nutzen möchten und so weiter. Also Sie haben viele Möglichkeiten, um per Parameter zu arbeiten. Ich zeige mir ein paar Tasks. Ich möchte einfach mal hier eine neue Organisationseinheit, also neue U einrichten. Die heißt dann zum Beispiel, ja, Unternehmen oder Firma, als Beispiel. Und darunter würde ich dann mal eine U einrichten für Benutzer, eine U für Computer und eine U für Server, zum Beispiel. Und würde dann unter Benutzer nochmal einen Benutzer anlegen, Testbenutzer und diesen Benutzer halt zu einer bestehenden Gruppe hinzufügen, beziehungsweise für eine Gruppe erstellen und diesen Benutzer dann diese Gruppe reinschieben. Also wir haben so ein paar Tasks, die wir machen möchten. Ich schreibe das mal jetzt ganz trivial, sage ich mal am Notepad mal auf, also dem Editor, was wir tun möchten. Erstens, wir wollen einen Urus anlegen. Ne? Da drunter sind eine U, die heißt zum Beispiel, ne, machen wir einfach mal Firma. Unter Firma machen wir eine U Benutzer, ein U Computer und eine U Server. Übrigens diese Struktur bietet sich natürlich sehr schön für Unternehmen an. Generell zum Beispiel Unternehmensname. Da drunter könnte sein auch Standort von mir aus. Zum Beispiel hier würde dann Berlin, Berlin, Deutschland, Frankreich, Österreich, USA, was weiß ich, was drin sein. Da drunter vielleicht dann Standorte, wenn es viele gibt. Und darunter dann entsprechend die USB-Nutzer, Computer und Server. Warum ist das wichtig? Erstens für die Verwaltung. Es ist klar, wo was ist. Und zweitens für die Gruppenrichtlinien. Nicht vergessen, wofür die EUs machen. Sehr stark für die Gruppenrichtlinien, damit wir da auch wissen, auf welche Gruppenrichtlinien, auf welche EU wirken soll. Und dann haben wir noch Benutzer Gruppenrichtlinien, Computer Gruppenrichtlinien. Dafür findet sich einfach diese Struktur an. Aber es gibt natürlich andere Strukturen. Aber jetzt als Beispiel, nur am Rande erwähnt, so als Tipp. Gut, wie gesagt, Gruppenrichtlinien, wenn Sie sich jetzt interessiert, schreiben Sie einfach noch ein Kommentar rein. Hey, Gruppenrichtlinien wäre cool, wenn man da noch eine Session dafür bekommt, also ein YouTube-Video. Dann mache ich mal so ein YouTube-Video, wie man Gruppenrichtlinien richtig plant. Aber gut, jetzt gehen wir mal weiter. Das wollen wir einrichten. Dann wollen wir eine, dann wollen wir unter Benutzer eine, oder sozusagen einen Benutzer einrichten. Der soll dann heißen EITEST01 zum Beispiel. Und wir möchten noch eine Gruppe hinzufügen. Ich könnte hier zum Beispiel auch eine O-Gruppe noch machen. Aber ich lasse es einfach mal weg. Und ich würde einfach nur unter Benutzer eine Gruppe hinzufügen. Die heißt dann Test. Test. Oder wir machen ja LI. LI Gruppe 01. Und dann möchte ich auch, dass der Benutzer LI Test01 in diese Gruppe als Mitglied aufgenommen wird. Also, es sind schon ein paar Tasks. Die machen wir auch mal. Und dann sehen Sie, wie man das Ganze mit der Activity arbeitet. Und dann können wir auch ein bisschen mal searchen. Und dann haben Sie einfach ein bisschen mal Gefühl dafür, wie das Activity Modul funktioniert. Gut, fangen wir das Ganze mal an. Wir wollen jetzt quasi eine EU einrichten. Die heißt Firma. Wie geht man davor, wenn man jetzt nicht weiß, wie ein Befehl man hat? Ich gehe einfach davor. Ich gehe hin und sage jetzt Command Modul. Active Directory Modul. Und kriege das mal alle Befehle. Jetzt möchte ich mir hingehen und sagen Name. Und jetzt möchte ich mir bestimmten Namen, also ich möchte mir bestimmte Befehle nur anzeigen lassen, die in bestimmten Syntax, also ein bestimmtes Wort beinhalten. Und ich mache mal OU. So, da kriegt man jetzt nicht so viel, aber es ist gut. Organisation. So, wie Organisation Unit. Das heißt, ich suche jetzt einfach nach Sternchen. Orga Sternchen. Und kriege jetzt alle Befehle, die irgendwas mit Orga zu tun haben. Und dem sind Organisation Unit. Und ich kann mir Organisation Unit hier ausgeben. An New Organisation Unit erstellen. Die brauche ich jetzt. Okay, weiß ich. Okay. Selbst erklärend. Ich brauche diesen Befehl. Remove Organisation Unit brauchen wir jetzt nicht. Und Seton Organisation Unit brauchen wir auch nicht. Wir wollen jetzt etwas anpassen. Wir wollen eine neue U erstellen. Gut, dann nutzen wir mal diesen Befehl. Das ist also Parameter. Dann suchen wir uns aus. Display Name, also Name und zack, Parameter Name. Name sollte sein Firma haben wir gesagt. So, und jetzt wollen wir noch sagen, wo das Ganze sein soll. Display nehmen brauchen wir jetzt nicht. Managed by muss man extra nicht eingeben. Pass muss man auch nicht eingeben. Wir machen das einfach mal abfeuern, dann sehen wir schon, was passiert. Zack. So, wenn wir das jetzt abgesetzt haben, dann sehen wir, wenn wir das Ganze mal aktualisieren, ist ja NMC, muss man auf aktualisieren klicken und dann wird, wenn wir, es wurde eine neue Uhr erstellt, die heißt Firma. Also, der erste Pass, der hier, den haben wir schon mal erledigt. Dann wurden wir jetzt drei Uhr erstellt, einer Benutzer, Computer und Server. Dann machen wir das einfach mal. Und zwar, ich mache das mal ein bisschen sauber hier, die Session und Neuralisation Unit. Und jetzt habe ich das Thema Benutzer. Wenn ich jetzt so abfordere, wird das quasi unter direkt hier auf dieser Ebene wieder erstellt. Das heißt, neben Firma würde jetzt der Benutzer stehen. Aber ich möchte ja unter der Uhr Firma eine weitere Uhr haben, die Benutzer heißt. Dafür nutze ich einfach eine weitere Möglichkeit, quasi eine weitere Parameter, die mir pauschal mitgibt. Server, Street-Adresse. Gucken, was es da gibt. Okay. Der hat nur Pass. Also, wohin? Und da geben wir das Ganze mal an. Und zwar, ich möchte das Ganze in EGU. Zack. Basename. Ich schreibe mal hier rein. Firma. Firma. DC. In E-Demo. DC. Local. Das ist meine, meine quasi Domäne. Also, ich sage hier Domäne. Ist ja li-demo-local. Das heißt, die Basename ist dc-local, dc-li-demo. Und dann UU. In welche U möchte ich quasi diese neue U erstellen? Und das ist die Firma. So, jetzt kann man das Ganze mal aktualisieren klicken. Und auf Firma gehen. Und da sehen wir, es wurde eine neue U erstellt. Die heißt Benutzer. Und jetzt ist das einfach. Jetzt wiederholen wir das Ganze nur noch. Also das Maßzeige nach oben. Und sagen Computer. Und was haben wir noch gesagt? Server. Das machen wir jetzt zwar nichts mit. Aber damit Sie das einfach mal sehen. So. Jetzt haben wir drei Us angelegt. Und möchten jetzt in diese Benutzer einen User hinzufügen. Benutzer hinzufügen. Und eine Gruppe hinzufügen. Also wir haben jetzt das erledigt. Das auch erledigt. Das auch erledigt. Also die User stellt. Wir stellen jetzt einen Benutzer in die Test01. Machen da nichts groß mit dem. Und fügen dann diesen Benutzer. Und stellen eine Gruppe. Eli Gruppe 01. Und fügen dann diesen Benutzer diese Gruppe hinzu. Okay. Cool. Dann machen wir das mal. Welchen Befehl brauchen wir jetzt Benutzer stellen? Ich suche jetzt nicht danach. Auch wenn Sie danach drucken würden. Ja. User Befehl. Modul. Active Directory. Active Directory. Und dann nehmen. Würden Sie jetzt zwei Sternchen. Und dann vielleicht User nehmen. Also als Tipp. Und dann würde man halt diese bekommen. Aber wir wissen schon was wir nehmen. Wir nehmen AD. New AD User. Dann haben wir dort. Dann haben wir dort verschiedene Parameter. Die User gibt natürlich sehr viele Parameter. Die man da ändern kann. Wir machen mal. Nehmen. Was sagen wir? Li Test01. Li Test01. Dann haben wir noch viele andere Parameter. Die wir nutzen können. Account Expression. Account Passwort. Und so weiter und so fort. Passwort Change. Company. Country. Die Credential. Description. Display nehmen. Wie das angezeigt werden soll. Können wir auch nochmal ein Display nehmen. Zum Beispiel. Test. Loser 01. Das heißt Display nehmen. Und jetzt soll man auch mal hingehen und sagen. Was gibt es noch. Was gibt es noch. Ich möchte jetzt auch einen Pfad mitgeben. Wo das Ganze abgelegt werden soll. Gucken wir mal. Ob wir das in diesem Modul quasi. In diesem. Ja. Jetzt schon hier mitgeben können. Oder wir Benutzer quasi. Danach erstmal verschieben wollen. Ich kann hier quasi. Given name eingeben. Hot Drive. Home Page. Und so weiter. Also viele Möglichkeiten. Organisation. Und das ist gut. Okay. Organisation. Attribut. Also Pass-Through. Da war schon Pass. Und dann haben wir Fahrt. Und dann machen wir das gleiche wie hier oben. Ich kopiere das mal einfach mal. Ich sage wohin. Und hier sage ich nur nicht Firma. Weil ich möchte das unter Benutzer haben. Mach ich einen weiteren. Und zwar Benutzer. Ja. Also wenn Sie Syntax für Sie noch nicht. Gleiches. Also diese Base nehmen. Quasi dann. OU Benutzer. OU Firma. Und danach. Wenn es quasi die höchsten Ebene für hoch ist. Erreicht ist. Danach kommt. Der quasi. Der Domain Name. DC gleich LIDEMO. Und dann. Der zweite Domain Name. DC Local. Weil Local ist ja auch quasi ein Domainer. Und dann wird da dann nur LIDEMO.logo geschrieben. Gut. Vor allem das Ganze mal ab. Zack. Und schauen wir uns das Ganze mal ein. Wie man sieht. Wir haben jetzt den User. LIDES01 eingestellt. Der ist jetzt disabled. Das liegt daran. Ich hätte noch hier. Enabled. Machen sollen. Dann wäre der auch noch drinnen. Man kann im Nachhinein noch aktivieren. Natürlich. Aber ich kann auch mal hier löschen. Und sage. Zack. Jetzt geben Sie Bräter. Typ. Ach enabled. Ja klar. Und dann muss ich sagen. Natürlich True. Also ja. Bitte aktiviert. Im Menü User. So. Jetzt. Wenn ich das hier so mache. Deswegen habe ich das mir weggelassen. Und zwar ist das so. Dass ich hier natürlich. Ein Passwort mitgeben muss. Wenn ich User aktiviere. Muss ich dann ein bestehendes. Also ein Passwort mitgeben. Das könnte ich tun. Dafür muss ich mir erstmal ein Secure String und so weiter bauen. Da kann ich den User auch noch mit aufnehmen. Dafür gibt es einen wunderschönen Befehl auch von Empower Shell, um mir einen Secure String zu bauen. Also wie gesagt. Wenn ich es jetzt enablen will. Ich brauche natürlich ein Passwort. Sonst kann er nicht aktiv sein. Wenn ich aber User erstelle ohne Passwort. Einfach nur User kreiere erstmal. Dann kann ich das auch tun. Ohne quasi ein Passwort mitzugeben. Der User darf aber nicht enablen sein. Ihr könnt auch mal gerne mal so ein Passwort, Secure Passwort mal erstellen. Ich sage einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt sage hier Passwort. Und zwar gebe ich hier mein Passwort mit. Account Passwort, so da war das schon. Account Passwort. Und hier möchte ich jetzt mitgeben. Und ich sage ihm, nimm einfach mal Passwort 123. Ist ja komplex genug, sag ich mal. Dann wird er sagen, der Parameter Account Passwort kann nicht gebunden werden. Der Wert, System.String kann nicht in Security String verwandelt werden. Ich brauche hier explizit ein Security String. Und den bauen wir jetzt einfach mal jetzt. Ich lösche es ganz normal. Also hier brauchen wir jetzt quasi ein Security String. Und das machen wir folgendermaßen. Wir bauen uns ein Passwort zusammen. Passwort gleich. Was ist einer für Passwort? Wir haben gesagt, Passwort 123. Und jetzt können wir das Ganze so schön pipen. Und wir parken das nach Security String. Und zwar, wir sagen, Convert to Secure String. Und sagen, es ist Plain Text, also so wie angegeben. Und sagen, auf jeden Fall macht das so. Zack. Und wenn wir das Ganze jetzt mal anzeigen lassen, ist Passwort unsere Variable jetzt ein Secure String. Das heißt, wir haben mir den mitgegeben und haben gesagt, das hier, diesen Wert möchte ich bitte als Secure String konvertiert haben. Und ich habe das hier eingegeben als Plain Text. Und auf jeden Fall machen Force, also ich zwinge das quasi. So, jetzt gehen wir hin und nutzen unseren Befehl wieder. Account Passwort. Nur diesmal sagen wir auch die Variable, geben wir Passwort die Variable mit, wo wir unser Secure String reingeschrieben haben. Zack. Und wunderbar, es hat funktioniert. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier anschauen, dann haben wir einen Benutzer, Elite Test 01. Und der Benutzer ist auch aktiviert. Wir können uns mal die Eigenschaften anzeigen, die wir mitgegeben haben. Anzeigename, das Konto, Elite Demo, Elite Test 01. Wir haben jetzt andere Sachen noch nicht gegeben. Wir können aber noch Adressen mitgeben, E-Mail-Adressen, Organisationseinheiten, also die ganze Information hier. Vorname, Nachname, Büro, Rufnummer, also alles können wir nur über Pause mitgeben. Mitglieds von, der ist neues Domainbenutzer, standardmäßig. Und jetzt möchten wir den Benutzer noch in die Gruppe, in die Gruppe erstellen, bzw. zufügen. Aber bevor wir das tun, brauchen wir natürlich noch eine Gruppe. Also, Li-Gruppe 01. Wir machen das tatsächlich hier schön sauber. Und wie es so ist, brauchen wir einen neuen Befehl, der heißt New AD Group. Und wir machen jetzt, die Gruppe soll heißen Li-Gruppe 01. Und wo soll die sein? Die soll unter U, was haben wir gesagt? Benutzer, da U, Firma, immer mit Komma, dc, nämlich Demo, dc, local und ja, Gruppscope, ja, welche Art das sein soll, oder Gruppscope, Domainlocal. Also Domainlocal-Gruppe, globale und basale, wir sagen, das ist eine Domain-Gruppe einfach. Zack. Dann sieht man so schön, wenn man hier reingeht, es wurde eine Gruppe eingelegt. Und es ist eine Sicherheitsgruppe und eine lokale Domain-Gruppe. Ja, keine basale, keine globale, eine lokale Domain-Gruppe. So, in dieser Gruppe ist natürlich noch keine Mitglieder. Und wir können jetzt quasi dieser Gruppe einen neuen Mitglied hinzufügen. Dann gehen wir hin und sagen, wir gucken uns erstmal mal an, was gibt es denn da für Gruppen überhaupt. Modul, Active Directory und Name, sagen wir mal jetzt Group. Und gucken wir uns dann an, was gibt es denn da. Und da gibt es, also direkt kommt natürlich der erste Befehl, get ad group member, sondern wir brauchen get oder add ad group member. Also füge ein Member einer Gruppe hinzu. Dann machen wir das einfach mal. Add ad group member. Dann brauchen wir quasi Identity. Also Identity, welche Gruppe meinen wir denn? Wir meinen die Gruppe, wie heißt die? Li Gruppe 01. So, und Members ist bei uns. Li Test 01 ist unser Member. Dann machen wir das mal. Zack. Gucken wir das Ganze mal an. In unsere Konsole. Und als Mitglieder, zack, haben wir den Li Test 01 als Mitglied drin. Und dann sagt er auch, ich bin Mitglied dieser Gruppe. Also haben Sie gesehen, dass es ziemlich einfacher ist. Relativ einfach und schnell geht das. Um eine bestimmte Gruppe hoch einzulegen. Also Produktionsstruktur anzulegen. Benutzer im AD anzulegen. Diese Benutzer quasi, ja, Passwort mitzugeben. Namen zu geben. Also Eigenschaften mitzugeben. Und diesen Benutzer eine bestehende Gruppe hinzufügen. Oder vielen bestehenden Gruppen. Als Beispiel denken Sie sich einfach, hey, wenn ein Benutzerunternehmen reinkommt bei mir, was braucht er denn überhaupt? Machen Sie sich ein paar Gruppen verschiedene, also verschiedene Abläufe. Zum Beispiel für Benutzer in der Buchhaltung. Die müssen als Benutzer Buchhaltung drin sein. Sie müssen in bestimmte U's rein, für die Buchhaltung vielleicht. Sie müssen in bestimmte Gruppen rein, die dann bestimmte Rechte hat, auf File-Server zuzugreifen, wo die Buchhaltungunterlagen liegen. Oder ein User aus der IT, was, welche Rechte braucht er da? Oder ein Benutzer aus dem Lager, der da arbeitet, was braucht er da für Rechte? Ein Benutzer für Sinsmanagement oder ein Benutzer im Rechnungswesen. Also hier haben Sie quasi Strukturen bauen und Automatismen erzwingen, um einfach Benutzer schnell anzulegen, aber auch zu entfernen. Das heißt, dass es auch richtig dann entfernt wird. Und dann man nicht vergisst, wenn man jetzt ein Mitglied, also ein Mitarbeiterunternehmen wechselt, dass man auch die Sachen wieder entfernt, so die Zugriffe auch wieder entfernt werden. Also kann man sehr schöne Sachen mitbauen. Das Bauschmodul, wie gesagt, ist wunderbar. Da gibt es viele, also alles, was Sie so wünschen, ist eigentlich in diesem Modul als Befehl hinterlegt. Probieren Sie es einfach aus. Nutzen Sie mal ein Testdruckgebend dafür, ja, nicht direkt in der Produktivumgebung auch etwas machen. Ist halt Ihr Herzstück, ist Ihr Active Directory. Bauen Sie sich eine Active Directory Testumgebung auf und spielen Sie mal mit den Skripten, spielen Sie mal mit den PowerShell Befehl und kriegen Sie ein Gefühl dafür. Ja, wenn das Video Ihnen gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, über einen Kommentar von Ihnen. Und wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, dann abonnieren Sie ihn. Hier kriegen Sie immer neue Infos zu PowerShell, Active Directory, das Thema Automatisierung im Data Center, speziell in Microsoft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Spaß am Testen und Lernen. Das war Alexei Kusnir von der Firma Lineflug. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.